Vor einigen Jahren entdeckte ich meinen eigenen Vater auf der Straße. Wir hatten uns lange nicht mehr gesehen. Warum konnten wir uns nicht richtig umarmen bei diesem Wiedersehen? Warum verhielten wir uns wie zwei Ertappte? Zwei Jahre nach dieser Begegnung habe ich mich entschlossen, einen Film über meine Eltern zu machen. Setzt euch doch bitte. Er. Genauso. Ich weiß nicht, was er denkt. Darüber kann er nicht reden. Aber ich habe den Max wahnsinnig gern. Er hat so viele Qualitäten. Wer von euch bestimmt in dieser Wohnung? Dafür haben wir kein Reglement. Wir beraten uns gegenseitig. Und das, was mich überzeugt, das machen wir dann. Würdest du nochmal seinen Sohn wählen, wie ich einer bin? Um Himmels Willen, das sind Fragen. Vielleicht schon einen einfacher Denkenden. Und du, Vater? Also, früher war uns Wind und weh, wenn es hieß, der Peter kommt. Weil wir wussten, wenn wir nur ein falsches Wort sagen, ist der Teufel im Dach. Doch heute ist es nicht mehr so. Darum sage ich, heute haben wir es schön. Von der 말씀드�ine outlines. Überесь ist richtig. Und wenn wir gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.